auch mit headless mode auch alles dabei so wlan öffnen direkt verbunden abbrechen hier zurück da ist die rayline app öffnen da ist es da ist es schon so fliege nur mit dem telefon rückwärts vorwärts so gut wie weit es geht okay da geht aber voll weit da vorne ist die frau wir haben sie drauf okay guck mal ey geil oder sauber fliege jetzt mal nach hinten ohne dass ich es sehe und ich sehe mich selber übrigens wichtigster aspekt ist das hier nicht anhalten zu lange was und brennt der motor durch aber kurzzeitig und ich sehe mal da welche gefahr davon ausgeht natürlich spüre ich das aber keine verletzungen aber jetzt mal filmen ich sehe nicht mehr wo das ist wir dürfen auch gar nicht hin das ist abgesperrt ja guck mal was da ist guck dir hin das wenn man es nicht weiß wenn man es nicht weiß würde man sagen ey was nichts nichts drücken wir knopf so rechts links rückwärts vorwärts rechts links da ich drehe sie rückwärts vorwärts rechts links ich erkläre jetzt erstmal ganz kurz wie es fliegt einfach nur gas geben dann mache ich hier mal genau so wie ich es mache beim looping das ist der große unterschied von manchen geräten zu dem gerät die reaktionszeit sehr schnell sehr sehr exakt und so jetzt machen wir mal da dann jetzt rasen wir weg also schneller als erst hier schneller ganz schnell also nach vorne und vollgas geht aus dafür sind diese teile und wie gesagt guckt hin nach vorne und nur gas das neue